So, und er ist heute hier, wer? Der größte deutsche Tischtennis-Spieler aller Zeiten. Timo Boll. Stehen wir auf die Frage. Timo Boll! Timo Boll ist hier! Ja! Komm doch mal zu uns! Eine lebende Legende! Timo Boll! Was ist denn das? Oder er kann es besser? Wow! Das ist natürlich nicht... Geil, oder? Mach das Netz weg hier! Falsche Richtung! Entschuldigung! Nach unten! Oh! Netz! Aber ruckern, die kann ich nicht so gut. Oh, der war noch dran! Ich würde sagen, das war schon der erste Punkt von mir. Lass uns loslegen, ja klar. Ladies and Gentlemen, es geht jetzt los mit dem großartigen Match. Timo Boll vs. my brother Chris Ehrlich! Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Los geht's! Ah! 1-0! Okay. Satzball. Ach, Satzball! Ich habe sechs Satzwelle gegen mich. Irgendwas stimmt auch mit der Beleuchtung, finde ich. Stimmt gerade hier nicht. Ja. 10 zu 5. Ja, das sind Hardcore-Bedingungen hier. Der Bruder, der hinten kann er wieder gucken. Ich will! Nein! So! 1-0! Zwei-Satz-Sieg heißt... Mein Bruder wird gleich verlieren. Das hat er zu mir immer auch schon gesagt. Alles gut. Na, das ist gut. Na, das ist gut. Na, das ist gut. Na, das ist gut. Nimm dies, du Schuft! Ich sag's euch, geht schnell. Oh, 6-2! Ja! Ich sag's euch, jetzt kommt meine Spezialangabe. Da hat er keine Chance. Ihr lasst es krachen. Los geht's. 9-8! Nee, 10-8! Ja, war gut. Also für alle, die mal Tischtennis lernen wollen, der geht immer. Okay. Komm, 10-8, 10-8. Bum, bum! Ih! Entschuldigung. 10-9! Entschuldigung. Man muss dazu sagen, Timo Woll gilt an als der fairesten Spieler dieser Welt. Also entschuldige ich mich aufrichtig und freue mich über diesen Punkt. Du hast? Oh, hier kommt geschnippelt. Oh! Oh! Verlängerung. 10 beide. Jetzt gibt's zwei Unterschiede, ne? Hinter der Platan genommen. 11 beide. 12-11. Oh, der ist gefährlich. Jetzt mach ich mal Ballonabwehr. Na, das war's! Sehr geiles Match! Also, ja, Timo Woll gibt nochmal einen Riesenapplaus. Riesen, riesenlegende Legende hier. Danke schön. Geil! Applaus Vielen Dank.